Wir wollen uns heute mal kurz anschauen, wie du einen Aktiensparplan anlegen kannst und zwar das Ganze mit Scalable Capital. Ganz kurz vorab, du findest den Link zu Scalable Capital unten in der Videobeschreibung. Das ist ein Partner-Link, das heißt, wenn du dich darüber anmeldest, bekomme ich hier eine kleine Provision dafür, dass ich eben diese Videos mache. Wenn du schon mal auf Scalable Capital warst auf der Webseite, dann gerne kurz einmal die Cookies löschen und erst dann auf den Link klicken. Das stellt dann auf jeden Fall sicher, dass das System weiß, dass du von mir kommst. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, das ermöglicht mir einfach hier weitere Videos zu machen und jetzt gucken wir uns das auch schon an. Genau, wenn du auf diesen Link geklickt hast, landest du hier auf dieser Seite. Da weißt du ja hier, dass du einen normalen Broker hast, der for free ist und den Prime Broker, wo dann keine Ordergebühren mehr anfallen und du kannst eben in über 7000 Aktien investieren und auch in 2000 ETFs. Nun ist es so, dass viele das Wort Sparplan immer in Verbindung mit ETFs bringen, weil man eben regelmäßig schön diversifiziert sparen möchte. Aber das Ganze macht halt auch bei Aktien Sinn, wenn man jetzt einer Firma wirklich absolut vertraut, dass die eben in 10, 20 oder 30 Jahren irgendwie wachsen wird und den Markt dominieren wird. Bei mir ist das zum Beispiel Tesla. An der Stelle, ich bin kein Anlageberater und auch kein Finanzberater, sondern ich zeige dir hier einfach nur, wie das technisch geht. Aber ich vertraue Tesla, dass die eben noch weiter wachsen, weil die den Markt für Elektromobilität eben aufräumen. Genau, und jetzt würde es sich halt lohnen, sich nicht jeden Monat da hinzusetzen und eben dann eine Tesla-Aktie zu kaufen, sondern ich sage einfach, ich möchte den Betrag X, 50 oder 100 Euro jeden Monat in Tesla investieren. Dafür würde ich eben einen Aktien-Sparplan anlegen. Genau, und das kann ich eben mit Scalable Capital machen. Dafür würde ich mich jetzt hier einloggen. Dann landest du hier auf deinem Home-Dashboard, einmal auf den Broker klicken und schon sind wir hier in diesem Broker mit drin. Genau, und jetzt siehst du hier dein Portfolio an Aktien, also deine Titel, die du hier gekauft hast. Ich habe hier Lufthansa und die Zalando AG und habe hier auch Krypto gekauft. Das zeige ich dir dann im nächsten Video, wie das geht. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wie wir zum Beispiel auf eine Aktie von Tesla, die wird mir jetzt hier angezeigt, Tesla hier die oberste, das kannst du natürlich überprüfen, das hatte ich in einem anderen Video schon erklärt, hier an der ISIN oder an der WKN. Ich weiß jetzt aber, dass das ungefähr hier der Betrag von Tesla ist. Deswegen ist das die Aktie, die ich eben besparen möchte. Der Sparplan hat jetzt zwei Vorteile. Den einen habe ich dir schon genannt. Du kannst halt regelmäßig einen Betrag X einfach in diese Tesla-Aktie reinbuttern. Oder eben der andere Vorteil ist, dass du vielleicht, wenn du jetzt nicht irgendwie so liquide bist, dass du 700 Euro mal eben eine Aktie kaufen kannst. Weil zum Beispiel jetzt hier, wenn du auf Kaufen klickst, kannst du halt immer nur ganze Aktien kaufen. Das heißt, mit einer Order musst du 737 Euro ausgeben. Das ist vielleicht für viele auch relativ uninteressant, weil man eben nicht so viel direkt investieren möchte. Aber Gott sei Dank gibt es ja jetzt hier den Sparplan. Der ermöglicht uns eben, dass wir auch kleinere Beträge in Tesla investieren können. Ich würde jetzt einfach mal sagen, jeden Monat möchte ich Elon Musk 50 Euro geben, dafür, dass er Elektroautos baut. Ich vertraue da drauf. Generell so ein Sparplan, die Strategie sollte auch immer langfristig hier sein. Also so mache ich das. Wie gesagt, ich bin kein Experte da drin. Aber langfristig anlegen, habe ich wohl gehört, das lohnt sich. Deswegen, ich würde jetzt einfach 50 Euro hier anlegen. Das heißt, der würde dann ein Fünfzehntel dieser Aktie ungefähr kaufen. Dann kannst du hier noch einen Inflationsschutz. Das heißt einfach, dass deine Sparrate jedes Jahr erhöht wird. Früher war die Inflation mal bei 2-3 Prozent. Aktuell ist die leider bei 8 Prozent. Ich habe ja auf YouTube ältere Videos gesehen, da gab es diese 8 Prozent noch gar nicht. Aber leider gibt es die jetzt. Das heißt, hier, indem du das anklickst, würdest du eben dann deine Sparrate jedes Jahr erhöhen, bis am Jahresende du eben dann 54 Euro sparen würdest. Das kannst du hier einstellen. Dann kannst du die Häufigkeit einstellen. Wie oft möchtest du denn hier 50 Euro anlegen? Monatlich, alle zwei Monate oder im Quartal? Und auch ganz wichtig, wann möchtest du das ausführen? Das heißt, zu welchem Tag im Monat soll das abgebucht werden? Wenn du jetzt liquide bist und nicht von deinem Gehaltscheck zu Gehaltscheck lebst, dann kannst du hier den Ersten wählen. Dann geht das sauber raus. Aber zum Beispiel, ich würde jetzt hier den Siebten oder den Zehnten wählen, weil dann ist einfach sichergestellt, dass eben mein Gehalt schon da ist. Und dann geht das davon ab. Ja, ich würde es nicht zu spät wählen, weil sonst ist das Gehalt vielleicht auch schon wieder weg. Deswegen so Siebter oder Zehnter ist hier eigentlich eine ganz gute Größenordnung. Genau, und hier hast du dein Konto verbunden. Das geht dann per Lastschrift raus. Das ist das Angenehme, weil sonst müsstest du ja jeden Monat die 50 Euro erst zur Scalable Capital überweisen. Das macht einfach maximal Sinn, dass man hier eben sein Konto verbindet und eine Lastschrift beauftragt, dass Scalable Capital hingeht und das automatisch eben abzieht. Ja, jetzt kann ich das hier aktivieren, Sparplan aktivieren. Und jetzt ist der Sparplan schon eingerichtet. Ja, und sobald das eingerichtet ist, das dauert eine Sekunde, aber dann siehst du hier, Tesla ist hier eingerichtet. Den Titel hast du jetzt noch nicht, aber du siehst hier dieses Zeichen mit der 50 dabei. Das bedeutet eben, dass das der Sparplan auf dieser Aktie ist. Da kannst du jetzt draufklicken und kannst es dann hier auch jederzeit anpassen. Wenn du jetzt eine Gehaltserhöhung kriegst oder so, kannst du hier auch 150 anlegen, schließen. Genau, und jetzt hat der aber noch nichts ausgegeben, weil wir ja gesagt haben, erst zum 10. August bitte das dann auslösen. Das heißt, der führt das hier noch mit auf, aber das zählt sich hier noch nicht mit Gesamtreihen in deinen Portfolio-Wert. Ja, wenn du das Ganze stoppen möchtest, kannst du auch reingehen und eben den Sparplan einfach löschen. Dann ist der auch wieder gelöscht. Genau, ja, so funktioniert das. Ganz einfach. Wie gesagt, wenn du eben regelmäßig ein Wertpapier besparen möchtest, macht das Sinn, das eben aufzusetzen. Oder wenn du große Titel kaufen willst, wie hier wie Tesla, kannst du eben in Bruchstücken dann auch da rein investieren, indem du eben jeden Monat 50 bis 100 Euro oder so anlegst. Ja, das ganz kurz zum Thema Aktiensparpläne anlegen mit Scalable Capital. Wie gesagt, den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Wenn du da bist, gerne auch kurz einen Daumen hoch da lassen. Fragen unten in die Kommentare, die beantworte ich dann. Ja, und gerne weiterempfehlen. Bis dann. Ciao.